so heute soll das losgehen heute sollen die solarpanee le verlegt werden als allererstes muss dieses alte alten solarpanee mit 100 watt das muss runter na gut schauen wir mal viel platz hat man ja hier nicht um hier mit dem sägedraht oder ähnliches unterzukommen das wird mühselig denke ich mal na gut so um das dachpanel zu lösen hatte ich eine tolle idee habe mir hier zwei dinger geholt aus dem bauhaus und habe die mit angelsähne verbunden und habe gedacht okay das geht aber die ist gleich durchgerissen wir müssen das mit dem katamelser machen weil der vorbesitzer hat die dinger gar nicht durch gebohrt hier sondern er hat sie wohl mit dem solarpanel verklebt also blieb nichts anderes übrig als mit dem katamelser darunter zu gehen und langsam hier so durchzuschneiden das ging noch verhältnismäßig gut obwohl die klebe naht relativ dünn ist also der erste ist gelöst jetzt gehen wir weiter die andere seite so jetzt haben wir das abgebaut und wie man sieht haben sie das von dieser seite aus mit dem aluraam vernietet dann kannst du das natürlich nicht abschrauben aber wir haben das jetzt mit dem kadamelser geschafft mühselig es ist natürlich auch eine ganze ecke nacht geblieben aber das löst sich im moment da werde ich noch ein bisschen scheuern müssen löst sich das ganz gut ab so aber es ist schon mal ab das ist schon mal gut so das abrubbeln der klebeflächen der rest ist recht mühsam aber es geht aber eine ganz kleine schicht bleibt noch drauf die kann man vielleicht mit den fingern nachher abrubbeln oder mit irgendwas einweichen feuerzeug benzin verdünner oder 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 wollen wir gucken auf jeden fall sieht ja schon mal ganz gut aus so ein toller trick von mir sollte ja sein das war mal eine angelsähne die hier zerrissen ist aber ich glaube ich hatte das schon erwähnt um dann eben halt den kleber durch zu sehen hat sich als flop erwiesen die angelsähne ist gerissen obwohl man ja immer sagt die kann ordentlich was ab aber das war kein guter trick auch im internet was ich gelesen habe dass man dafür diese diese drahtsäge benutzen kann dafür wäre glaube ich auch die klebeschicht wieder zu dünn gewesen also wir haben das mit dem altbewährten paddamesser abgekriegt alles ist gut so nachdem nun das alte panel unter ist reinigen wir das dach erstmal fett frei dass mein freund axel der muss ich muss das dach putzen ich habe ich habe ja höhenangst und na gut dann kommt der nächste schritt und dann gucken wir und legen erstmal die muster hin wie die paneele liegen sollen die schablon so das dach ist gereinigt wir haben jetzt mal schablon hingelegt wie die neuen paneele liegen sollen die werden jetzt gleich erstmal festgeklebt damit wir positionieren können dann wird die fläche angeschliffen und ja so kommen wir langsam voran das war natürlich eine geile idee dass wir die solarpaneele jetzt nicht hier hin und her schieben müssen sondern ich habe aus der verpackung womit die solarpaneele verpackt waren bei axel habe ich die schablone ausgeschnitten und somit können wir die erstmal hier so legen so sollen die paneele verlegt werden da drüben hätte ich möglicherweise noch platz irgendwann mal noch ein weiteres panel das vierte panel kommt ja nach ganz vorne da wo das alte was wir schon abgekratzt haben das alte alten panel ich will aber genug platz lassen dass man möglicherweise noch mal eine klimaanlage nachrüsten kann so überblick bis hier jetzt werden die erstmal fixiert dann mit klebeband die ränder fixiert damit wir das schleifen und mit dem primer das machen können hier ist übrigens diese tolle verteilerdose die gekauft habe super toll ist wasserdicht hat hier eine richtig feste klemme buch also nehmen die mal raus die klemme die ist da drin die wird dann auch befestigt werden kann wo ich dann mit kabelstift schuhen das richtig schön verkabeln kann die ist wasserdicht ip64 ein teures ding aber wir kommen auf diese dose noch mal zurück so die klebeflächen sind jetzt kenntlich gemacht jetzt wird er noch mal ein bisschen mit sandpapier angeschliffen dann haben wir noch mal ein reinigungstuch und den primer ja und dann werden die paneele verklebt so weit so gut so die flächen sind bzw werden angeraut dann werden sie noch mal gereinigt und dann kommt der primer drauf ich weiß gar nicht ob man das sehen kann dass das so ein bisschen angeraut ist er hat auch einen ganz leichten hagelschein ich weiß nicht ob man das auch auf den bilden nachher erkennen kann gucken wir mal so hier ist es nun das neue solar panel ich habe den natürlich zu hause schon mal aufgemacht und hatte den schon mal geprüft ob der überhaupt funktioniert und er funktioniert das ist übrigens eine dieser pappen worauf ich mir dann die schablone gemacht habe hier haben wir nochmal schaumstoff dazwischen und hier ist mein 100 watt solarpanel ein wegkontakt von der firma wattstunde hier diese dose dieser verteiler habe ich übrigens in der gebrauchsanweisung lieben der er ist ip 65 oder 66 kann das kann ich genau lesen den kann man aber zusätzlich noch mal mit silikon verstreichen auf die unterseite hier noch mal mit schaumstoff gepolstert damit dann nichts passieren kann hier ist noch eine schutzfolie drauf wie man sehen kann und wir werden jetzt nachdem oben der primer trocknet kommt nachher auf das wohnmobil dach der kleber und dort werden wir dann vorsichtig das solarpanel ankleben wie gesagt 100 watt wegkontakt panel ich freue mich dass ich bald ein bisschen mehr strom auf meinem wohnmobil dach habe so jetzt brauchen wir die kabeldurchführung das alte panel ging ja hier runter und dann lief hier der kabelkanal längs in weiß das sah natürlich nicht schön aus ich möchte ihn gerne da oben in der ecke haben und kann denn da an der wand mit dem kabelkanal mit weißen da fällt er ja auch nicht so auf kann ich denn da runter gehen nachher zum mpp laderegler beziehungsweise zum trippel booster also jetzt geht es darum da hochzuklettern im hubbett und dort hinten in der ecke ein eine bohrung zu setzen so wir sind jetzt bei panel zwei panel zwei von hinten auch ein bisschen angeraut oben wird schon die kleber aufgetragen und gleich kommt das zweite panel darauf so das erste panel liegt das zweite kann jetzt kommen wir machen die nähte ein wenig dünner aber dafür ein paar mehr wollen wir gucken das müsste dann lang ja ich kann kommen so das zweite panel wird gerade aufgeklebt wir haben ja auch so was ist denn das für axel sonne gibt es zum drücken genommen damit man den druck auf das panier gleichmäßiger verteilen kann es kommt ein bisschen unten raus das werden wir verschmieren und möglicherweise und dann später noch einmal zur sicherheit eine naht außenrum auf jeden fall sieht das schon sehr gut aus so dass die dachdurchführung hier habe ich noch ein kabelrohr eingesetzt wenn bei kondenswasser da sein sollte damit das nicht nach innen reinläuft so kabel sind durchgeführt da hinten wo jetzt die alte kabel durchführung ist die mache ich vielleicht noch weg da kommt auf alle fälle ja noch mal der verteiler kasten hin dahin kommt ja auch noch das letzte panel hin ja und dann ist die anlage hier oben erstmal so gut wie fertig so ich wollte ja noch mal zurückkommen auf die verteiler kästen von hänsel ich hoffe immer dass man das so erkennen kann mit meiner gopro normalerweise wollte ich ja die paneele ich habe ja vier stück normalerweise verbindet man sie ja hier mit diesen steckern mc4 stecker in diesem fall für drei paneele zusammen da ich aber keine paneele haben die oder da ich paneele habe die direkt auf dem wohnmobil dach verklebt und habe ich keine möglichkeit die irgendwo unter zu schieben das würde bedeuten ich hätte immer diese dicken dinge auf dem dach liegen das wollte ich nicht daher werde ich dann die mc4 stecker die an dem panel dran sind die werde ich abschneiden werde dann jeweils drei paneele hier verbinden eins kommt von hier ein panel von hier und hier geht es dann weiter zur nächsten verteiler dose hier kann ich die wunderbar das kann man hier rein stecken mit einer hand ist das schwer ich habe aber noch ein anderes teil hier das gehört daran werden also jedem so eingesteckt und können hier auch verschraubt werden das sind hochwertige klemmen die ich dann mit diesem krieg immer so dahin mit diesen adern enthüsten hier für sechs millimeter kabel und vier für zwei mal sechs millimeter kabel die denn hier reinkommen das heißt ich komme hier mit zwei so nahe pannelen an die öffnung ist die schraube ist im moment noch nicht geöffnet hat das verstanden und im prinzip die hat das eine kabel was dann wieder raus geht zwei die ankommen eins was raus geht das kommt natürlich alles in eine buchse rei jeweils ein anschluss ist dann für ein und ausgang das gleiche natürlich für masse das schöne ist die sind wassersicht ich kann sie schön verschrauben das einzige was mir so ein bisschen stört nicht nur diesen hier die haben von unten ich mache mal so die haben von unten hier so stege das heißt ich muss hier eine dicke wulst hinlegen ich werde das auch nur hier in der mitte machen ich denke mal dass das ausland und dann habe ich für meine begriffe einen ganz ganz tollen verteiler kasten die sind auch nicht ganz billig diese dinge sind dann hier oben wieder zu verschrauben sind wasserdicht habe ich glaube ich schon gesagt von hänsel die sollen relativ neu auf dem markt sein und die werden wir morgen verbauen heute ist gleich feierabend erstmal die paneele sind drauf die dosen werden jetzt noch geklebt und morgen wird der ganze kran verkabelt so nächster tag ich fall schon fast runter der kleber hat seine arbeit verrichtet es ist alles schön fest wo ich noch mal darauf hinweisen wollte war ja folgendes hier war ja geplant dass hier 200 watt modul hinkommt aber normal ist da hätte ich ja jetzt noch den spoiler gehabt und wäre auch in konflikt gekommen mit meiner dachgaube so ein bisschen wenn ich das 100 watt modul genommen hätte deswegen hatte ich ja mal geplant hier nur ein 80 watt modul hinzulegen ich bin also letztendlich sehr sehr froh dass ich mich für die für die flachen für die aufklebbaren module entschieden hat weil dadurch entgehe ich natürlich mehreren problem auch werden sie ja jetzt hier im prinzip jetzt so hoch gebaut direkt an der kante und das wäre nicht so schön so ist das natürlich große klasse so jetzt geht das weiter mit der verkabelung die dosen sind auch fest ja so geht es weiter so die erste dose ist verkabelt mit den ader endhülsen also das ging kann man das so sehen das ging ganz wunderbar das ist auch richtig stabil und das hält hier kommt natürlich jetzt noch ein kabelkanal hin das wird noch mal ordentlich verlegt hier und dann geht das dahin weiter in die zweite dose rein soweit so gut erst mal hier kommt der deckel hier drauf ich glaube das ist eine saubere lösung so auch die zweite dose fertig hoch mit einer hand ja jetzt kommt dann noch ein stück schwarzes isolierbahn rum weil der ist ja masse und dann haben wir die zweite dose auch schon verkabelt ich bin so begeistert ich muss das also noch mal sagen wie schön man das hier in dieser dose und wie stabil und wie fest das alles ist hier der kabelkanal der schon liegt hier noch ein kleines stück hin was nachher angeklebt wird hier geht das natürlich hier rein das wird auch noch angeklebt das wird nachgezogen einfach hoch das wird nachgezogen einfach zack hier kommt noch der kabelkanal hin aber diese dose also diese dose ist der wahre hammer man kann hier wirklich gut drin erarbeiten man kriegt das alles schön unter die kabel und dann kommt nachher drauf wasserdicht also ich musste das einfach noch mal zeigen weil ich bin wirklich richtig begeistert von dieser dose ich habe mir nämlich zu Anfang große sorgen gemacht mit welcher verteilerdose kriegst du das geregelt aber das ist ja das ist ein hammer also ich bin sehr zufrieden deswegen musste ich das noch mal schnell zeigen so die arbeiten auf dem dach sind abgeschlossen alle paneele liegen lauber verklebt wir haben auch noch mal die dosen extra versiegelt mit dekalinen kleber dicht kleber vorne und da die dachdurchführung so muss man rausfahren leider scheint die sonne nicht so doll und gucken ob hier überhaupt was kommt bevor denn nachher von votronic der triple charger das wird eingeschlossen wird Untertitelung des ZDF, 2020